Hallo zusammen, ich begrüße Sie hiermit zu einer neuen Folge von Kunst und Kochen. Haben Sie viel Spaß! Hallo liebe Kochgemeinde, heute ist Freitag, der 7. Juli 2023 und wir machen uns heute auch wieder jeden Freitag ein schönes Fischgericht. Es wird jetzt allerdings auch sehr, sehr schnell gehen, denn wir haben heute eine wunderschöne Forelle. Ich habe ja schon mal eine Forelle hier gezeigt, allerdings handelt es sich hier um ein Forellenfilet. Dazu habe ich schon mal einen Kartoffelsalat gemacht, mit Fleisch, mit Mayonnaise, mit ein bisschen Grünzeug drin, Schnittlauch. Und den Fisch werden wir jetzt einfach nur noch ein bisschen melieren. Dazu brauchen wir allerdings erstmal ein bisschen Salz zu drauf. Frei nach dem Motto, einen Fisch kann man nicht versalzen. Dann nehmen wir hier unser Mehl. Also, wir kommen mit Glocken, mit Glocken und sowas hier. Dann brauchen wir noch ein bisschen Butter. Schmelzen da drinnen. Jetzt werden wir noch ein bisschen aufräumen. Das ist gut. Die schwebte Hautzeuge unten. Die Hautseite habe ich jetzt nicht gesalzen, weil unser Hund die liebt. Nach dem Essen kriegt er diese Haut und brauche jetzt 5 an, von beiden Seiten und dann sehen wir uns einfach wieder zum Fisch. Der Fisch schaut schon ganz gut aus und deswegen servieren wir das Ganze jetzt. Und dann, wir machen die Rundf. Und dann, wir machen die Rundf. Und dann, wir machen die Rundf. Das ist doch größer als gedacht. Dann wünsche ich euch jeden Tag guten Appetit.